Israel hat in der Nacht zum Montag seine Luftangriffe auf den Gazastreifen und Ziele im Südlibanon fortgesetzt. Dabei seien zwei Zellen der Hisbollah zerstört worden, die Raketen auf Israel abfeuern wollten, teilte das israelische Militär mit. Nach Angaben der Armee befand sich eine Zelle in der Nähe der israelischen Stadt Matat, 13 Kilometer südlich der libanesischen Stadt Eitarun. Von dort hatte die staatliche libanesische Nachrichtenagentur NNA zuvor einen israelischen Angriff am südlichen Stadtrand gemeldet. Die Hisbollah erklärte, einer ihrer Kämpfer sei dabei getötet worden. Ob sich beide Seiten auf denselben Vorfall beziehen, blieb unklar. Unterdessen wächst weiterhin die Sorge vor einer Ausweitung des Konflikts. Man habe jüngst Raketen- und Drohnenangriffe gegen US-Militärbasen in Irak und Syrien registriert, sagte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am Sonntag in der ABC-Sendung This Week. Was wir sehen, ist die Aussicht auf eine erhebliche Eskalation der Angriffe auf unsere Truppen und unsere Leute in der gesamten Region. Die Staats- und Regierungschefs der USA, Kanadas, Frankreichs, Deutschlands, Italiens und Großbritanniens bekräftigten ihre Unterstützung für Israel und sein Recht auf Selbstverteidigung. In einer gemeinsamen Erklärung begrüßten sie die Freilassung von zwei Geiseln und forderten die sofortige Freilassung aller übrigen Geiseln, die die Hamas in den Gazastreifen verschleppt hat. Gleichzeitig forderten sie von Israel, das humanitäre Völkerrecht zu achten und Zivilisten zu schützen.